Ja, es ist auch doof, weil du wieder neben mir sitzt. Egal, hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Guckt euch dieses Outfit an, ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat. Ich bin auf dem Server von TVBF, ich werde ihn mal unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse, den YouTube-Link. Einfach nur fast pur Abo-Game. Irak ist noch mit dabei und, ähm, ja, es ist einfach geil. Ganz viele Leute, die ich auch kenne. Oh fuck, jetzt muss ich abhauen. Oh fuck, der ist da gar nicht. Oh, ich glaube, meine Nate hat getroffen. Fuck it. Wir haben eben schon eine richtig epige Runde gespielt, da hätte ich aufnehmen sollen. Da waren ein paar gute Sachen bei. Also ich habe auch aufgenommen, aber nicht als Kommentar jetzt. Schalte, ne, so wird auch nicht weiter. Ich mache jetzt mal 101 gegen ihn hier. Mist, ich glaube, ich kann auch nach vorm Gaggen. Ah, da hat er mich outplayed, das war blöd. Ich weiß, ich habe dieses, guck mal, das ist Silber, das ist Silber eines Fahnenbeugs. Hä, wie sagst du das? Ich glaube, das ist ja wie wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein Zähnungen zu name hast. Ich glaube, wenn du das in der Spielanzahlgumel in der Hand hast, dann hab ich dann noch mal die Lust oder sowas. Noi. Das ist halt das Gefühl. Also ist es nicht immer bei dir? Nein, 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 jetzt ehrlich gemeint, also, als du heute angefangen hast zu zocken, war es nicht da oder was? Das ist das, was Max hat das schon mal gesagt. Nein. Renke erzählt gerade, er hat ein silbernes Fahnenkreuz, weil er die ganze Zeit gut aimt, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr da was drüber, Leute. Schrei mal kurz, hallo. Und nicht schreiben, Renke? Hallo! Oh, Gott, schau, Renke. Oh, lol. Da wurd ich ja richtig rausgehauen mit der Nate hoch und dann war ich tot. Oh, cool. Ja, Leute, ich bin gerade nicht gut hier und ich weiß nicht. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen aufs Leben. Ähm, ja, weiß nicht. So welche Server machen echt Spaß. Bis eben war auch noch ein besserer Fight. Alter, was schreibt denn der die ganze Zeit? Ja. Was hat er die EC eigentlich? Keine Ahnung. Es gibt eine EC-Karte. Fuck, ich habe das Klick. Und weil ich noch Warskillungen habe, habe ich keine Tonics und kein Wolle Zug. Ja, jetzt wird es unschön, Leute. Jetzt wird es unschön. Das ist wirklich nicht nett. Oh, du Wichser, jetzt nicht zurücklaufen. Das ist believable. Da, 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 da. Oh, Marx, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe den Damage-Fuck. Jetzt bin ich wieder. Geh mal nicht ganz ins Spawn rein, Ringe. Frag doch. Oh Leute, das Piste! Guck mal, da schreibt er jetzt ohne Spaß. Ich weiß nicht Leute, das war grad richtig geil. Aim durch, den Baum durch, hab ich einfach jeden Schuss getroffen. Das ist manchmal lucky. Ey, du Wichser! Erst, erst Spawn geht. Okay. See you later, Alligator. Ah, ich hab auch schon mal ne bessere gesehen. Ja, Leute, ich weiß nicht, die Runde ist jetzt ein bisschen abgefuckt. Ich glaub wir gehen gleich, oh guck mal das Spiel. Wir gehen gleich mal erst in Renke, oder? Ich hab Hunger. Achso, das hab ich noch gar nicht gesagt. Ähm, ich bin grad bei Renke. What the fuck? Ähm. Ich bin grad bei Renke. Es ist Wochenende, grad anfangen. Und die haben alle Nate Spam hoch. Und wir zocken jetzt einfach. Und machen, machen. Machen, machen. Holy shit. Ja, die Runde ist jetzt irgendwie blöder. Ich nehm nochmal weiter auf. Weiß nicht, ob ich das hochladen werde. Aber dieser eine Kill, das war worth it, man. Durch, durch, durch den Dings. Hab ich dir nicht den Arsch gerettet, du Wichser? Ja, du brauchst einfach nur Danke sagen, Renke. What the fuck? Das war... Ich hab auch jetzt... Ah, da konnte ich nichts mehr machen. Ja? Renke, Renke, Renke. Warte, wo ist er? Da. Oh. 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 Er hat seinen EP Fisch-Streak nicht aufgenommen, das ist der blöd, ja. Also Fisch, ne, so viel Flamen, weiß ich nicht. War kurz lustig, aber das ist dann übertrieben. Die ganze Zeit beleidigen uns das nicht mehr lustig, wenn du das sehen solltest. Ich weiß es ja nicht. Weil irgendwann ist gut. Ihr braucht nicht denken, dass ich jetzt TS bin und dass irgendwer die IP bekommt. Ich bin gerade nur auf dem RB. RB TS. Ich wollte jetzt nicht in Spawn, weil wir vielleicht noch Wars mit ihr machen. Tonight. Oh Leute, meine Nade hat ein... Oh, fuck, sorry. Nein, ich bin noch tot. Ah, ich bin gestorben. Oh? Lalalalal. Lalalala. He, 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 he. Nioh, schießt einfach von da oben so perfekt. 5 Tote 4er KD ist noch okay Nein Jetzt habe ich keine 4er KD mehr Die Bitbomb Ich habe gerade im One On Mit dem Legendary Dings Läuft da rein Ich hole mir jetzt Kann ich dich noch hin? Ich habe gewartet Bis aus dem Wasser raus war What the fuck Ich musste nachladen Sonst hätte ich ihn gehabt Das war uncool Mein Hebe auch fast Ich schreibe jetzt nicht mehr lustig Du wirst es ja dann schon sehen Leute ach ja genau Ich habe diese Boots Ich habe die noch gar nicht aktiviert Shit Nein Ach ja genau Weaven da Irak war da Jetzt lieben sie gerade eh Weil Würde ich auch Und gg Was meinst du irgendwie? Ja wir essen jetzt erstmal was Nein Haben sie uns den Score verwert Ich glaube ich hatte 21,7 oder so Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt mal in die Kommentare Wenn ihr wisst was EC heißt Ich weiß es nicht EC Karten scan Egal Ich hoffe es hat euch gefallen Leute Talkt schon bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ich hoffe ihr habt Tränke gehabt Bye 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 Bye.